Diesmal verliert er den Benetton allerdings nicht. Und wenn wir Colt hat, Takagi, abfliegen sehen, hier haben sie ihn. Nicht hart eingeschlagen, also keine Angst, er wird wohl am Funk erklären, wie ihm das passiert ist. Aber doch das Ende für dieses Training. Jetzt gleich die Highlights auf unserem Boxengassenkanal. Das ist Dr. Harvey Postelwey, der verflucht wurde. So kommt man natürlich nicht weiter, wenn immer wieder ein Auto draussen liegt.